So Leute, das ist beim Rückspiel in einem Lüblerk-Stadion, ach scheiße, mein Deutsch, Alter. Am besten ist, wenn ich's überhaupt nix mehr sagen kann. Aber ich hoffe, dass es jetzt wieder besser läuft. Dass es wieder so klappt wie in dem Spiel. Weil hier hab ich schon gerne öfters getroffen. Das kann gerne heute auch so weitergehen. Ach, hör mir auf. Ja, stell mir der erste Parade schon wieder. Okay. Nice. Ja, wie stehen wir in der Bombe hier hinten? Er probiert mich rauszuziehen hier. Ich merke das hier. Nein. Jawohl. Und jetzt schön raus. Rechts. Natürlich läuft hier keiner, Mann. Oh ja. Oh ja. Und jetzt. Johannes, Geist, nein. Einen passt zu viel. Auf sowas müssen wir immer achten, ey. Das ist immer das Schlimmste bei mir. Und dann passiert sowas. Genau. Da steht's. Schon ein zu fährter. So schnell geht's, Leute. Ach, Mann. So schnell geht's. Aber egal. Halb so schlimm. Oh, nee, Dicker. Ich spielte der die ganze Zeit so. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So ranzig. Aufpassen, aufpassen. Nein, 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 nein. Ich dachte. Und jetzt. Komm. Zieh mal. Nein, das war wieder so ein cooler Ball, ey. Ach Mann, jetzt klappt bei mir nichts oder was? Ey, hör doch auf. Na klar. Jo, Digger, wenn der reingegangen wäre, Digger. Ich schwöre. Ach, hör mir auf, ey. Warum klappt denn bei mir nichts? Naja, ich bin halt wieder auswärts, ne? Ich war das Geist. Der bleibt am Ball und der verliert ihn. Mann, ich hab doch gerade gepasst, ey. Guck's dir an, ey. Er spielt schon wieder so, Mann. Stark. Ach Mann. Das kann doch nicht wahr sein, dass er jetzt immer die ganze Zeit so spielt. Und jetzt. Stark erobert. Dann läuft hier keiner mit, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn hier? Das ist einfach wieder so richtig unnötige Niederlage, denn. Ich schwöre. Aber na ja. Wie gesagt, er ist ja kein schlechter Spieler. Er hat auch verdient weiter. Na. Bei mir geht der Ball immer in der Falle, Mann. Aber jetzt vielleicht mal. Nein, zweiter Pfostenstück. Keiner, Mann. Jetzt aber nein. Ach Mann, schieß ihn doch. Ab Bruder, Mann. Oh ja. Ich darf. Oh Mann. Das ist zu leicht. Zu leicht. Viel zu leicht. Ach, Robin Hack. Das kenne ich viel besser von dir. Nein. Nice. Nice. Nein. Nicht so nice. Oh, mit der Niederlage. Könnte ich denn auch noch mal mitnehmen. Nein. Digga, was ist das? Na klar. Ich muss halbzeit richtig viel umstellen, Digga. Ich schwöre. Weil. Es ist ja unfassbar hier. Ey, bitte jetzt nicht von der Halbzeit das. Zweite Tor noch zu kriegen. Ja, Leute. Das ist was von der ersten Halbzeit. Wie soll es gehen? So, Leute. Let's go. Zweite Halbzeit. Na, mal gucken. Ob es jetzt klappt. Ne. Das kriegt überhaupt nichts. Ach, hör mir auf. Aber. Ecke, scheiße. Na klar. Und dann kommt der noch durch. Ist klar, Digga. Digga. Kann doch nicht angehen, Digga. Let's schleusen her. Schleusen her. Schleusen her. Das kann nicht wahr sein. Ja, Stein ist zur Stelle, ey. Oh, wieder so unnötig. Starkfuß. Oh ja, stark hake. Damit hat er nicht gerechnet. Komm. Ja. Flanke. Die müssen doch rüberhauen. Jawohl. Ecke. Jetzt klappt es hier. Jetzt klappt es langsam. Ecke kommt perfekt. Nein. Leider noch nicht. Letzt aufpassen. Dass wir nicht ausgekontert werden. Passiert hier nicht bei uns. Oh Gott, ey. Luke Parki, ey. Der Hartkörper. Die muss ich gar nicht mehr mit der Kretchen holen. Stab die Kretchen ausgesetzt. Ausrutschen lassen. Austanzen. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Alter, was mache ich denn da, Mann? Das ist so. Nee, was spiele ich denn hier für den Fußballmann? Ist doch Rotze hier. Oh mein Gott, der geht fast rein von Robin Huck, ey. Das kann doch nicht angehen, ey. Mann, ey. Ist doch nur das 1 zu 0, ey. Ist doch. Mann. Komm. Jetzt aber. Ey. Was soll das machen? Komm. Egal, habe ich wieder. Keine Zeit jetzt hier. Mindestens den Ausgleich. Das wäre noch gerecht. Uh. Luke Parki, er kommt frei zum Kopfball. Er drückt Pause. Okay, Leute. Ah, ich fängs auch noch mal aus. So, Leute. Jetzt habe ich gebastelt. Mal gucken, ob das was klappt. Ob es klappt. Das wäre so nice, wenn das jetzt kommen würde. Oh, ja. Oh, jawohl. Stark. So. Und jetzt? Nein, jawohl, wir haben. Danke, Schiri. Jetzt, komm. Komm. Schieß hinein, er blockt den Abmann. Ey, das kann er. Ey, Schiri. Ey, schieß doch eigentlich, Mann. Was ist das? Ecke, komm. Voll grad sagen. Was ist das denn? Och, Mann, Digga. Ey, jetzt leckt es so, nur warum. Ne. Nee, Mann, das kann er nicht angehen, ey. Musste ich machen. Ja, egal. Egal, ob das jetzt der Gelbe ist. Nee. Nein. 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 Kommt, der zieht nochmal. Zieht auch. nochmal die letzten Minuten, Mann. Kämpf bis zum Schluss, Leute. Kämpf das bitte bis zum Schluss, jetzt hier. Jo, der geht fast rein, was? Los. Los. Los, 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 los. Komm. Los, Kämpfer. Pass ihn rein, der macht ihn wieder nicht, Mann. Das ist die letzte Minute. Ey. Oh, was ist das? Nein. Komm. Gib mir die Chance. Bitte. Nein, das war's, oder? Ja, Mann, schade, Leute. Aber, was soll's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und, ja, bis dann. Das war's, oder? ç